Wenn Sie Ihrem Schutzengel näher kommen wollen, können Sie sich angewöhnen, regelmäßig mit ihm zu sprechen und ihn um kleine Gefälligkeiten zu bitten. Sie können sich an die Engel wenden, wann immer Sie wollen, und Sie um Hilfe in alltäglichen Angelegenheiten bitten. Für sie gibt es keine unbedeutenden oder weniger wichtigen Dinge, sie sind immer bereit zu helfen. Hier sind acht Möglichkeiten, mit deinen Engeln zu kommunizieren und sie um Hilfe zu bitten. Also, hinterlasse ein Like und abonniere den Kanal, damit dieser Inhalt mehr Menschen helfen kann. Die erste Möglichkeit ist, deine Engel zu bitten, dir zu helfen, die richtigen Worte zu sagen. Sie können dir dabei helfen, die richtigen Worte zu finden, die deine Beziehungen stärken und das Vertrauen der anderen in dich erhöhen. Sie können ihnen auch helfen, alles zu vermeiden, was ihren Beziehungen schaden oder ihre Werte gefährden könnte. Die zweite Möglichkeit besteht darin, ihre Engel zu bitten, für ihre Sicherheit und Gesundheit zu sorgen. Gewöhnen Sie sich an, ihre Engel um Schutz zu bitten, wenn sie etwas tun müssen, zum Beispiel eine belebte Straße überqueren oder in ihr Auto steigen, um zur Arbeit zu fahren. Und auch wenn sie an einen neuen Ort gehen, bitten sie sie, sie zu führen und von gefährlichen Situationen fernzuhalten. Sie können die Engel auch bitten, ihnen dabei zu helfen, einen Lebensstil zu entwickeln, der ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden fördert. Wenn es schwierig ist, neue Gewohnheiten beizubehalten, bitten sie sie, ihnen dabei zu helfen, schlechte Gewohnheiten abzulegen und neue beizubehalten. Sie werden ihnen helfen, die Willenskraft zu haben, an neuen Gewohnheiten festzuhalten, die sie gesund halten und ihr Leben verlängern. Die dritte Möglichkeit ist, ihre Engel zu bitten, sie vor Gefahren und Versuchungen im Leben zu bewahren. Es wird Zeiten geben, in denen sie Versuchungen ausgesetzt sind, die ihnen auf lange Sicht schaden werden. Das können übermäßige Ausgaben sein, übermäßiges Essen, Betrug in einer Beziehung oder sogar die Versuchung, etwas zu tun, was man für Geld nicht tun sollte. Wann immer sie sich also in solchen Situationen befinden, bitten sie ihre Engel um Hilfe, damit sie der Versuchung widerstehen und sich von ihr fernhalten können. Wenn sie zum Beispiel abnehmen wollen, können sie sie um Hilfe bitten, ihren Appetit zu zügeln, was auch ihrer Gesundheit zugute kommt. Sie können die Engel auch bitten, ihnen zu helfen, in ihrer Beziehung härter zu arbeiten und ihrem Partner treu zu bleiben, um ein glückliches und liebevolles Liebesleben zu führen. Bitten sie um Führung und Unterstützung bei der Aufrechterhaltung der Treue. Die vierte Möglichkeit ist, deinen Engeln einen guten Morgen zu wünschen. Eine weitere einfache Möglichkeit, sich mit ihren Engeln zu unterhalten und mit ihnen in Verbindung zu treten, besteht darin, ihnen einen guten Morgen zu wünschen, sobald sie aufwachen. Sie können sagen, Guten Morgen, Gott. Guten Morgen, Engel. Ich danke euch für diesen schönen Tag. Ich liebe euch. Auf diese Weise können sie ihre Verbindungen stark und beständig halten. Es mag sehr einfach erscheinen, aber die Engel wissen zu lassen, dass sie sich an sie erinnern und sie schätzen, kann ihnen Glück bringen. Die fünfte Möglichkeit ist, ihre Engel um Zeichen zu bitten. Ihre Schutzengel sind begierig darauf, ihnen Zeichen zu geben. Wenn sie beginnen, ihre Fähigkeiten zur Kommunikation mit den Engeln zu verfeinern, können sie damit beginnen, sie um kleine Zeichen zu bitten. Dabei kann es sich um alles Mögliche handeln, vom Finden von Münzen, Federn, Regenbögen bis hin zur Bitte um einen freien Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant. Achten sie auf diese Zeichen, wenn sie danach fragen, damit sie sie wahrnehmen können. Die sechste Möglichkeit ist, persönlich und direkt mit ihrem Engel zu kommunizieren. Rufen sie die Gegenwart ihrer Engel herbei und sprechen sie persönlich und direkt mit ihnen. Sprechen sie mit ihnen, als ob sie mit einem engen Freund bei einer Tasse Kaffee sprechen würden, und teilen sie ihnen ihre tiefsten Wünsche mit. Lassen sie sie wissen, dass sie sie lieben und schätzen. Sprechen sie mit ihnen, bitten sie sie um Hilfe und achten sie auf ihre Antworten. Die siebte Möglichkeit ist, eine enge Beziehung zu ihren Engeln aufzubauen. Eine Möglichkeit, mit ihren Engeln zu kommunizieren, besteht darin, eine enge Beziehung zu ihnen aufzubauen. Sie können versuchen, mit ihnen spazieren zu gehen und dabei zuzulassen, dass die Aktivität sie in den gegenwärtigen Moment in der Gesellschaft ihres Engels bringt. Sie können sich beim Spazierengehen unterhalten oder einfach ihren Geist für das, was ihr Engel zu sagen hat, empfänglich machen. Der achte Weg ist einer der effektivsten Wege, um mit den Engeln zu kommunizieren, nämlich die eigene Schwingung zu erhöhen und sich auf das Reich der Engel einzustimmen. Es gibt viele einfache Möglichkeiten, ihre Schwingung zu erhöhen, zum Beispiel sich zu entspannen, ihre Energie zu reinigen, Musik mit hoher Schwingung zu hören, Yoga und Meditation zu praktizieren, dankbar zu sein, Zeit in der Natur zu verbringen und Aktivitäten nachzugehen, die die Liebe fördern. Dadurch wird sich ihre Stimmung verbessern, sie werden sich glücklich und friedlich fühlen. Probieren sie diese acht einfachen Möglichkeiten aus, um ihre Verbindung zu ihren Engeln zu verbessern, wann immer sie die Gelegenheit dazu haben, und sie werden ein Leben voller Führung und Segen von ihren Engeln haben. Wie kommunizieren sie mit ihren Engeln? Bitte teilen sie es uns in den Kommentaren mit.